so wunderbar toll ich werde dir heute meine top 10 anwendungen von lavendelöl präsentieren und das erstaunliche ist dass wir seit zweieinhalb tausend jahren mindestens zweieinhalb tausend jahren da ist es schon notiert worden wissen wie viel unglaublich diverse anwendungen und wirkungsmöglichkeiten lavendel hat es kommt in der aromatherapie in ganz 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 vielen schriften vor es ist eins der basisöle mit dem ganz viele staaten und das nicht zu unrecht denn was es alles kann werde ich dir in meinen top 10 anwendungen verraten ich bin angela kersten von there is an all for that und ich freue mich dass du hier dabei bist die erste eigenschaft die lavendel ausmacht ist dass du grundsätzlich sehr viel innere ruhe finden kannst die innere ruhe und entspannung einem langen tag wie heute abend am ende eines langen tages dafür kannst du lavendel verwenden du kannst es zur unterstützung dafür ist es bekannt zur ruhe entspannung zu einem sanfteren einschlafen und im besten fall auch einem durchschlafen die unterstützung finden bei lavendel was machst du damit du kannst es ein paar tropfen aufs kopfkissen oder auf deine bettwäsche träufeln du kannst dir auf die fußsohlen einreiben du kannst es natürlich auch es ist sehr sehr mild als erwachsener kannst du direkt pur unter die nase reiben in den nacken du kannst es äußerlich anwenden und natürlich ein klassiker ist lavendelöl im diffuser im kinderzimmer in deinem schlafzimmer nachts durchlaufen zu lassen in dem diffuser kann sehr viel ruhe und entspannung bringen es lässt sich wunderbar kombinieren auch mit anderen ölen nummer zwei ist das ist eine ganz besondere eigenschaft denn du kannst sie intern einnehmen du kannst es einnehmen kannst äußerlich anwenden und aromatisch die interne die einnahme bezieht sich ausschließlich auf öle absolut reinster und höchster qualität also ich liebte es dass es so viele verschiedene optionen hat womit ich mich unterstützen kann auf diese verschiedenen arten du bei sensibler haut trägst du es äußerlich auf am besten mit einem trägeröl wir nehmen unser fraktioniertes kokosöl du kannst aber auch ein anderes neutrales öl verwenden und bei kindern natürlich ist es unglaublich praktisch den lavendel touch roller zu verwenden denn der lavendel touch roller hat bereits fraktioniertes kokosöl und ist sozusagen ready to use du kannst ihn überall auftragen auf die fußsohlen schläfen nacken einfach so du kannst ihn immer dabei haben in der handtasche in deinem rucksack wo auch immer du es brauchst und das gefühl hast lavendel kann dich über den tag unterstützen und hast du das 15 öl hier die große flasche kannst du direkt von der flasche riechen du kannst in den händen verreiben tief einatmen diese möglichkeit gibt es das heißt du hast alle drei anwendungsmöglichkeiten sind bei lavendel gegeben lavendel und so komme ich zum punkt nummer drei ist super bei allen arten von verletzungen bei der haut oder verbrennungen das heißt ein absoluter klassiker und so hat man auch die aromatherapie wiedergefunden war die erkenntnis dass es bei den verbrennungen so wunderbar unterstützen kann ich habe selber eine ganz beeindruckende erfahrung gemacht damit wir hatten in unserem haus in dem letzten haus in dem wir gelebt hatten einen kachelofen und kamin und ich habe einen kleinen wettbewerb mit meinem sohn gemacht wer kann das bessere feuer machen und diesmal war ich wieder dran und ich habe alles schön aufgeschichtet hatte ein wunderbares feuer und dachte ich denn es ging irgendwie nicht an das hat nicht funktioniert ich wusste alle kommen gleich nach hause ich wollte richtig angeben mit meinem super feuer heute wieder und es kam nicht weiter denn was ist passiert irgendwie ist es nicht richtig entzündet ich habe den die tür aufgemacht nahm mir den ersten scheid der sah aus als hätte überhaupt nichts abgekriegt an irgendeiner form von glut wollte den umschichten pack den und merke dass meine hand an dem scheid kleben bleibt ja es war knallhart denn auf der rückseite war total absolute glut ich hatte es nur nicht gesehen das heißt was habe ich gemacht gott sei dank hatten wir damals die öle schon ich habe sofort zu meinem lavendel gegriffen habe es drauf getropft mehrmals an dem abend noch und das beeindruckende war ich hatte am nächsten tag nicht mal eine blase und das hat mich seitdem nie wieder von lavendel weg gebracht nummer vier du kannst es wunderbar zum kochen verwenden du kannst es aus vielen verschiedenen gründen zum kochen verwenden denn was mir ganz oft passiert denn ich bin sehr schneller und manchmal auch hektischer und wir haben mit leben mit vier kindern das heißt die haben manchmal richtig hunger und ich muss mich irre beeilen wenn das passiert dann kann es sein dass ich mich verletze dass ich mir einen schnitt zufüge und dann nehme ich natürlich lavendel und tropse direkt auf die blutung drauf wenn ich möchte dass die blutung stoppt so schnell es geht dann nehme ich noch weihrauch auch manchmal helikrysum aber mit lavendel mache ich auf jeden fall schon mal alles direkt sauber aber du kannst es nicht nur wenn du dir weh tust beim kochen sondern einfach für gute gerichte das heißt es macht einen unglaublich spannenden geschmack viele nehmen es für arten von marinaden oder auch süßspeisen um den zitrus geschmack von manchen der sehr stark ist zu mildern also die meisten menschen würden nicht mal auf niemals auf die idee kommen mit lavendel zu kochen außer dem franzosen da wissen wir dass sie sehr viel schon mit lavendel ganz normal gehört zur französischen küche aber bei uns ist es ja nicht so bekannt und deswegen ist es ein unglaublich spektakulärer tipp für die sehr für verschiedene gerichte wo du genau diesen diesen diese feine note dieser unglaublich beeindruckenden pflanze drin haben möchtest sei nur achtsam denn wir sind so euphorisch manchmal wenn wir mit den ölen kochen dass es dann ganz ganz viel wird also ich nehme jetzt hier ein tropfen und da ein tropfen und das ist dann nehme ich noch ein tropfen oregano und dann kann man irgendwann das essen tatsächlich kaum mehr genießen das ist zwar dann sehr sehr gesund aber schmeckt wirklich schräg also das heißt du brauchst wirklich nur ganz ganz wenig ein tropfen für ein gericht taste dich erst mal ran bei zitrusölen bin ich nicht ganz so vorsichtig aber bei den gewürzölen bin ich wirklich wirklich zurückhaltend bei lavendel sowieso weil es wissen wir es kann einen schnellen ganz dominanten geschmack bekommen aber die feine note die ist es die feine note lavendel die jeden fragt was sind deine hau was ist das habe ich ja noch nie geschmeckt das könnte dann lavendelöl gewesen sein nummer fünf lavendel ist spektakulär für alles was mit haaren und kopfhaut zu tun hat es ist eine unglaublich tolle ergänzung für shampoo oder eine spülung rein es ist super für wirklich gesunde kopfhaut also du du kannst die haare damit kräftiger bekommen und es ist total simpel füge einfach in deine haarpflege produkte ein paar tropfen lavendel hast du viele verschiedene möglichkeiten du kannst sie unter der dusche beim einschampo nieren einfach ein zwei tropfen direkt in shampoo mischen vom waschen oder in den conditioner du kannst aber auch über nacht wirklich großflächig am besten mit dem träger öl auf die kopfhaut geben wenn du weißt du wäschst ja am nächsten tag die haare es kann sehr beruhigend sein und ist natürlich auch eine beeindruckende wirkung die du auch noch so spürst was die mentale beruhigung anbelangt nicht nur die der haut sondern auch die mentale wenn du mal den ganzen kopf abends voller lavendel lavendel dusche also wenn du wirklich themen hast dass du nicht mehr zur ruhe kommst dann bitte versuch das nimm eine handvoll träger öl mach vier fünf tropfen lavendel rein und massier es dir wirklich richtig mal in die kopfhaut ein du kannst ja ein handtuch aufs kissen legen wenn du nicht möchtest das ist wobei wer will nicht dass ein kopf tuch sein kopfkissen nach der wendel riecht also alles gut also es kann sehr sehr gut sein für die beruhigung der kopfhaut und für deine mentale beruhigung was auch und so komme ich zu nummer sechs sehr sehr viel verwendet wird und du vielleicht auch schon gehört hast ist dass du es verwenden kannst für die neutralisierte die neutralisierung bestimmter gerüche in deinem haus es kann sein dass du in gewissen geruch in deinem auto nicht mehr haben willst oder in deiner wäsche oder du hast vielleicht ein möbelstück beim antiquitätenladen gekauft und hat ja den oft diesen modrigen geruch wenn du klamotten reinlegt dann haben die auch diesen modrigen geruch und da gibt es verschiedene möglichkeiten du kannst dir in einer sprühflasche mit wasser verschiedene mischungen zusammen werfen zusammenschütteln da kann davendel drin sein alleine du kannst es aber auch kombinieren mit ölen wie purify oder wilder orange und im grunde alles was du magst was sich für dich was lecker riecht was dir gut gefällt also du kannst in dieser sprühflasche einsprühen deine möbel seine klamotten schränke in deinem auto immer eine sprühflasche haben und was du natürlich auch machen kannst ist du kannst den diffuser zum beispiel kommen wir noch mal zu der alten vitrine vom antiquitätenhändler ja die diesen bauern schränke sind auch ganz groß die diesen geruch nicht los wird dann stell den diffuser rein organisiert es so mit dem kabel dass das funktioniert stell den diffuser rein und lass es wirklich mal zwei drei nächte laufen und dann merkst du es ist eine komplett wird komplett neutral es kriegt einen ganz ganz angenehmen geruch und dieses modriges rausgegangen also so kannst du auch noch arbeiten und die sprühflasche am besten immer dabei haben nummer sieben ist alles was mit stress und dem gefühl zu tun hat überwältigt zu sein nimm dir zeit für ein bad zum beispiel mit lavendelöl reibe ein paar tropfen auf deine schläfen in deinen nacken jedes mal wenn du das gefühl hast es überrollt dich von hinten oder von vorne alle stress gefühle die dir wirklich das leben schwer machen in dem moment und jetzt gibt es vielleicht eine innere stimme die in dir sagt ich habe doch keine zeit in die badewanne zu gehen und was sagt die denn da ja das kann sein dass es diese innere stimme in dir gibt und wir können uns auch gerne miteinander anlegen deine innere stimme und du aber tatsächlich kann ich dir sehr empfehlen dass du dir diese zeit nimmst jeder hat es verdient momente der entspannung zu haben und wenn du vielleicht keine badewanne hast dann tropft ihr lavendel auf den duschboden und genieße das wie das hochsteigt da kannst du dir eine art dampfbad machen also die badewanne ist nicht die ausrede zwischendrin einfach mal zur ruhe zu kommen was ich immer mache wir haben ja unglaublich viel umsatz an ölen also überall bei uns werden jeden tag gehen ölflaschen leer wir sind sechs leute und jeder nimmt öle den ganzen tag das weiß ich euch das vorstellen dass wir haben an verschiedenen orten leere ölflaschen und da nehme ich mir so eine leere ölflasche wo vielleicht noch immer ein mini rest drin ist den ich aber nicht mehr rausgetropft kriegt und da mische ich mir dann eine badewannenmischung oder duschmischung zusammen das heißt ich nehme die flasche nehme ein reichhaltiges öl kann in hand öl sein sesam öl oder kokos öl worauf du lust hast tropft da ein bisschen rein ich mache erst das zeige ich euch mal mit dem deckel ich hoffe es kann man gut sehen kann man dieses dieses plastik ding hier den den austropfer rausziehen indem du siehst du das quasi wie ein flaschen öffner und wenn du es wieder drauf machst zack ist er wieder drin okay haben sie alle verstanden kommen wir sehen also ihr könnt richtig so raus schieben also bitte benutzt eure leeren ölflaschen denn da an dem ganzen rand hängen noch sachen da hängt noch öl dran von diesem unglaublich kostbaren öl das da drin war und deswegen kannst du da eine ganz tolle mischung machen du du nimmst diesen tropfer raus schiebst den raus machst ein bisschen kokosöl rein und dann ergänzt du noch mit ölen auf die du lust hast dann lasse ich mir mache ich mir diese lustige mischung schütteln fröhlich und dass die in das badewasser reinlaufen dass sie sich gut verteilt also so mache ich das immer könnt ihr super machen und es gibt sogar für diese flaschen so aufsätze dass man das als sprühflasche verwenden kann also die die leeren ölflaschen kann man echt noch eine menge mitmachen und da sind immer kleine reste drin also badewanne ruhe dusche entspannung okay immer wenn ihr das gefühl habt der stress scheint euch zu überwältigen nummer acht ist lavendel ist natürlich ein absoluter klassiker und ein fantastisches öl für babys und kleinkinder wenn unruhe da ist bei dir im raum um die kinder herum wenn ihr diese nächtlichen themen habt und da ganz da einfach nicht mehr weiter war wisst dann probiert es mit lavendel nehmt eine handvoll trägeröl ein zwei tropfen lavendel macht gerne eine ganz körpermassage mit deinem baby oder deinem kleinen kind du kannst es natürlich auf die fußsohlen anwenden auf den bauch den rücken wie du möchtest bei den ganz kleinen also ich spreche jetzt wirklich so von unter einem halben jahr hast machen wir ganz ganz gute erfahrungen in verbindung mit weihrauch also in den ersten drei monaten weihrauch ganz körpermassage da reichten tropfen mit der hand voll irgendeinem baby öl und du massierst die babys du machst eine ganz körpermassage mit deinem neugeborenen und dann kannst du gerne einsteigen und noch einen tropfen lavendel dazu nehmen ab ja es geht im grunde kann man kannst du das selber entscheiden wie sich es für dich richtig anfühlt aber tatsächlich starte ich voll gerne bei den ganz ganz zwergen mini neugeborenen mit weihrauch und dann geht es über in lavendel und weihrauch und lavendel zu mischen spektakulär und es geht auch noch für kinder die 18 und auch unruhig sind auch das kann ja passieren also alles was mit unruhe zu tun hat und so ein ambivalent also dass man nicht so genau weiß was ist es einfach ist es wirklich kann es nur sagen wir machen immer diesen spruch mit lavendel ist das schweizer taschenmesser der öle ja es ist tatsächlich einfach so wenn du nicht weiter weist und ratlos bist welches öl verwende ich jetzt dann nimm lavendel probier es als allererstes mit lavendel da komme ich auch schon zu punkt nummer neun das ist alles was mit hautirritation zu tun hat also hautirritation unreinheiten im englischen sagt man imperfections ich weiß nicht ob man auch falten dazu sagen würde oder so was oder so flecken jeglicher art dinge wo du das gefühl hast brauche ich das wirklich oder probiere ich mal dass ich einfach pur lavendel drauf machen schau was passiert also es ist wirklich eine ganz ganz tolle pflege und unterstützung für haut themen jeglichen alters probier es aus egal ob es eine kleine verletzung sind oder so wie alterszeichen oder vernarbungen was auch immer es ist alle dinge wo du sagst vielleicht braucht dieser punkt auf mir diese stelle zuwendung dann macht es mit lavendel es ist dadurch dass es mild ist kannst du es natürlich pur auftragen aber wir verwenden gerne bei der äußerlichen anwendung kokos öl weil kokos öl oder ein träger öl hat den vorteil dass das ätherische öl schneller in die tieferen schichten der haut eindringt deswegen machen wir es gern so dass wir wirklich äußerlich arbeiten und es gut hat nichts mit verdünnen in dem sinne zu tun sondern es hat was mit tragen zu tun es hilft tiefer in die haut und vor allem schneller in unsere nerven bahnen zu gelangen deswegen arbeiten wir sehr sehr gerne in kombination mit einem träger öl nummer zehn ist ein thema das mit dem wir uns noch viel beschäftigen werden in den nächsten wochen das mich unglaublich selber viel beschäftigt hat sind saisonale beschwerden das heißt deine nase juckt du hast reiz ganz ständig hier mich juckt immer im hals und in den ohren da will ich immer nicht innen kratzen natürlich klar der klassiker jetzt geht es los im frühjahr und da ist eine unglaublich starke kraftvolle kombination lavendel pfefferminz und zitrone und das nimmst du auf alle möglichen arten innerlich äußerlich und natürlich im diffuser das heißt womit wir sehr gute erfahrungen machen bei saisonalen themen ist lavendel pfefferminz und zitrone in einer kapsel einzunehmen gerne jeweils zwei tropfen so kannst du mal starten du kannst es dann auch noch individuell erhöhen also zweimal zitrone zweimal lavendel zweimal pfefferminz zum anfang und dann nimmst du das nach bedarf und manche machen es auch so dass sie ein glas wasser nehmen und von jedem öl ein tropfen reinmachen und es wirklich auch pur trinken können das ist super wenn du mit dem geschmack pfefferminz zitrone in der wendel gut zurechtkommst dann trinkt es auch wunderbar du kannst damit gurgeln du kannst mundspülung machen du kannst es hinter die ohren auftragen natürlich um die nase rum und vor allem du kannst es einatmen gerade wenn das atmen vielleicht schwer fällt in der zeit wenn die ganzen bäume anfangen wieder grün zu werden was ja voll schön ist aber mir ist total leid tut wenn menschen das so viel schwierigkeiten macht also du kannst es auf unterschiedliche arten anwenden aktuell in der frühjahrszeit und probier das aus was dir gut tut aber es ist eine unglaublich wirklich sehr 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 erfahrene und von mir selber jetzt zwei jahre lang erprobte kombination wir von doTERRA haben das auch fertig gemischt das heißt try ease das ist so für auch für leute die das immer dabei haben wollen nach bedarf das sind kapseln wo pfefferminz zitrone lavendel schon drin ist kannst du gerne nachfragen wenn du da unterstützung braucht vielleicht hast du lust die selber zu mischen das entscheidest du je nach geschmack und bedarf das war mein beitrag aber es war wirklich nur ein anfang versprochen denn wie gesagt lavendel ist ein ganz ganz großes kapitel in unser aller leben und ich empfehle dir beide da zu haben ich empfehle dir das pure öl da zu haben wenn du im diffuser arbeiten möchtest die mischungen machen willst und lavendel den touch roller empfehle ich dir immer dabei zu haben damit du äußerlich sofort arbeiten kannst wenn du das gefühl hast ein baby in deinem umfeld braucht unterstützung dann fragt die mutter ob du ihm die fußsohlen mit lavendel touch einreiben darfst zum beispiel wenn du selber unterstützung brauchst habe es dabei arbeite wirklich hier im nacken an den schläfen damit an den pulspunkten überall da wo es dir gut tut deswegen haben wir diese zwei möglichkeiten bei doTERRA lavendel anzuwenden ich danke dir für deine aufmerksamkeit und ich hoffe ich konnte den kleinen geschmack geben was du alles mit lavendel machen kannst